Grüßchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch wieder das Pure Lay Schmuck Abo vom Monat März. Ich zeige euch, was es so schönes gibt. Außerdem habe ich eine tolle Verlosung für euch. Falls ihr Lust habt, bleibt sehr gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Aber startet wie immer. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert doch gerne meinen Kanal, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Es sind ja einige neue Zuschauer dazugekommen. Ja, da erstmal herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und ich zeige euch heute den Pure Lay Mahina Club. Das ist ein Schmuck Abo, welches von der Marke Pure Lay ist. Das könnt ihr online kaufen. Und da habt ihr ein Schmuck Abo, wo ihr jeden Monat euren Schmuck nach Hause bekommt. Und das ist Exklusiv-Schmuck. Also den bekommt ihr nur jetzt hier in diesem Abo dann immer. Und das ist halt monatlich. Ihr bekommt jeden Monat ein neues Set. Ihr könnt das aber flexibel wieder kündigen. Ihr seid nicht verpflichtet, das immer zu nehmen. Ihr könnt auch zwischen den Farben wählen. Denn bei Pure Lay gibt es Gold, Silber und Rosé-Gold. Und da könnt ihr auch immer hin und her switchen. Ihr könnt auch eine Pause einlegen und so weiter. Außerdem seid ihr Premium-Mitglied sozusagen. Und habt dann halt auch Vortritt bei den Gewinnspielen und so weiter. Da könnt ihr mitmachen, wenn es ein Sale gibt. Dann habt ihr einen früheren Zugang zu dem Sale und so weiter. Also ihr habt da auch jede Menge Vorteile, wenn ihr in dem Pure Lay Club mit drin seid. Und habt halt diesen wunderschönen Schmuck. Ich finde den immer toll. Der Schmuck ist wasserfest. Ihr könnt ihn beim Schwimmen und Duschen und so weiter beim Schlafen anlassen. Da passiert nichts. Der ist wirklich sehr robust. Der Schmuck und sieht immer schön aus. Wie gesagt, gibt es in drei Farben. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Verlängerung braucht, bekommt ihr auch alles im Shop. Für Ketten, für Armbänder und so weiter. Und jetzt würde ich euch mal zeigen, was wir im März haben. Ihr bekommt auch jeden Monat ein Goodie mit dazu. Im März gibt es natürlich auch wieder ein Goodie. Und das Thema von diesem Monat lautet Waves of Empowerment Edition. Also so sieht das einmal aus. Ihr bekommt immer so einen Flayer mit dabei. Und da habt ihr dann die Übersicht über den Schmuck, wie ihr das auch kombinieren könnt und so weiter. Sieht super schön aus diesen Monat. Es ist ein schlichter, schöner Schmuck. Und ihr bekommt außerdem diesen Monat mit meinem Code, den blende ich euch mal ein, 5% on the top obendrauf auf alle Abo-Varianten. Und egal welche Abo-Variante ihr wählt, bekommt ihr mit meinem Code automatisch im Warenkorb ein zweites Set mit dazu. Das ist das September-Set, die Laie-Edition. Die bekommt ihr einfach gratis dazu. Sie bekommt dann die Waves und die Laie-Edition. Und ich zeige euch dann auch gleich, wie die Laie-Edition aussieht. Richtig, richtig schön. Da habt ihr dann ein Schmuck-Set im Wert von über 140 Euro, wenn ihr jetzt ein Abo abschließt. Und egal welches Abo. Ihr könnt das kleine oder das große abschließen. Das bleibt euch überlassen. Ich finde das mega, diese Aktion. Und halt noch die 5% on the top obendrauf. Ja, Pure Lay hat da immer schöne Angebote, finde ich. Und das darf ich euch dann halt immer präsentieren. Da freue ich mich total drüber. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Schmuck-Set. Also ihr habt dann immer hier so eine schöne Schatulle, wo der Schmuck kommt. Und dann könnt ihr das aufmachen. Da könnt ihr den auch drin aufbewahren. Und ich finde, das ist das Falsche, was ich hier gerade habe. Ich finde, das sieht so, so schön diesen Monat aus. Das ist nämlich so eine gewickelte Kette. Also seht ihr das hier schon, so eine gedrehte, einfache, schlichte Kette. Finde ich total schön. Ich habe auch wieder alle drei Farben hier. Und da zeige ich euch natürlich auch wieder alle drei nebeneinander. Und da gibt es passend zu dieser Kette auch das passende Armband. Also einmal Armband, einmal Kette. Und das ist auch einfach gewickelt. Also da ist kein Anhänger oder sonst irgendwas dran. Da steht halt Pure Lay noch hinten drauf auf dem Verschluss. Ganz, ganz schön. Und auch das hier könnt ihr wieder super toll in der Länge verstellen. Ich würde sagen, ich halte euch mal die Ketten, alle drei nebeneinander. Da könnt ihr auch vielleicht besser entscheiden, welche Farbe für euch die schönste Farbe ist. Ich bin ja Typ Silber und ich behalte immer die silbernen Schmuckstücke für mich. Und die anderen Farben verlose ich an euch. Ja, und da könnt ihr auch in diesem Video wieder was gewinnen. Das sind alle drei Farben und die sehen wirklich alle sehr, sehr schön aus. Ich finde in dieser Farbe wirklich alle schön. Also ich hätte auch Gold genommen, aber Gold trage ich halt nicht so oft. Ja, und da freue ich mich total. Also ich werde dann natürlich wieder an euch dann die Farben verlosen. Ich zeige euch nochmal das rosé-goldene und auch das goldene Armband. Ich habe das ja hier, damit ich euch das auch zeigen kann. Und das Silberarmband, dann könnt ihr das nochmal alles drei sehen. Ich finde es wirklich wunderschön. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja immer so ein Fan von schlichtem Schmuck, der aber trotzdem edel aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Also der nicht so langweilig ist. Und das finde ich total schön. Das ist mal was anderes, dass das so halt gedreht ist. Ich werde das jetzt auch noch natürlich für euch anziehen. Ich packe den anderen Schmuck mal wieder weg. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal zwei Gewinner. Einer von euch Gold, einer von euch rosé-gold. Ihr Lieben, das ist einmal die Kette getragen und die sieht so schön aus. Die sitzt jetzt hier, also ich habe die ins mittlere Loch sozusagen gemacht. Und ja, genau. Ich finde die voll schön von der Länge, muss ich echt sagen. Und die funkelt halt schön, weil die so miteinander verwirbelt ist mit der zweiten Kette. Also das sind zwei Ketten in einem. Und das wäre das Armband dazu. Das könnt ihr jetzt vielleicht auch nicht so gut wahrnehmen wegen meinem Tattoo. Aber das ist das Armband. Finde ich sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Ist mal was anderes, mal was Schlichtes ohne irgendeinen Anhänger dran. Finde ich auf jeden Fall total schön. Mir gefällt das auch, das Armband. Das, wie gesagt, das ist halt ein bisschen schlichter und ja, kann man für den Alltag wunderbar anziehen. Ich finde allgemein sind die Schmuckstücke immer schön im Alltag kombinierbar. Jetzt gucke ich mal gerade ins Heftchen rein. Dann hier seht ihr auch noch mal das goldene Set einmal. Also Gold sieht auch richtig, richtig schön aus. Das ist das Swirl-Schmuck-Set und ein Must-Have für jeden Tag. Genau, ich finde auch, es ist sehr elegant. Und man bekommt eben halt im Shop noch, das könnt ihr zusätzlich dazu kaufen, noch Ohrringe. Die sind natürlich schön. Also die sind hier oben einmal drauf. Ich zeige euch die mal. Das ist natürlich echt schön mit den Ohrringen. Ich bin ja immer, bei mir ist das immer, ich darf da gar nicht gucken, weil ich finde das so, so schön, dass da immer noch irgendwie was dazu zu bestellen ist. Und jetzt kommen wir auch schon zum Goodie, das ist nämlich hinten hier im Heftchen abgebildet. Ihr bekommt ein Päckchen Raffaello mit dazu. Das finde ich mal was ganz anderes. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Und das fand ich jetzt so süß. Ich liebe Raffaello. Ich liebe wirklich Raffaello. Für mich eine ganz leckere Süßigkeit. Und da bekommt man eben, ja, einmal hier so ein Flyer und ein Raffaello dazu. Das finde ich wirklich süß, weil das muss ja nicht sein, dass man ein Goodie dazu bekommt. Aber Piolet macht das halt eben. Und da ist immer irgendwie was Interessantes mit dabei. Von daher, ja, freuen wir uns. Gäle Raffaello ist gut. Und da habt ihr dann auf jeden Fall das mit dabei. Und ihr bekommt jetzt, wie gesagt, diesen Monat noch ein weiteres Schmuckset, was ihr auch ganz toll mit diesem Schmuckset eben kombinieren könnt. Das ist das Leih-Schmuckset. Und da zeige ich euch jetzt auch die Silber-Variante. Da ist einmal eine Kette mit dabei mit so einem richtig schönen Anhänger mit so einer Medaille dran. Und passend dazu, das finde ich ja so schön, gibt es diese wundervollen Ohrringe, die passend zu dieser Medaille sind, Leute. Das sind Ohrringe. Die sind wunderschön, finde ich. Die gefallen mir richtig gut und die könnt ihr halt so, so schön auch mit den anderen kombinieren. Und da habt ihr quasi ein großes Schmuckset. Und das ziehe ich auch mal für euch an. Dann seht ihr auch, wie das alles miteinander kombiniert aussieht. Auch einmal die Ohrringe. Die sind ein bisschen schwerer, aber die, also Leute, die fühlen sich so hochwertig an. Die sind so schön. Guck mal, ist mal was anderes. Diese Medaillen. Ich habe so welche noch nicht. Von daher freue ich mich total. Ihr wisst und ihr merkt das ja auch, dass ich immer total gehypt bin von den Piolet-Sachen. Und ich finde den Schmuck so klasse, weil auch wenn ich schwimmen gehe, kann ich die Ketten, Armbänder und so weiter anlassen. Die Ringe, da passiert nichts. Will ich gerade mal gucken. Die Medaille hat zwei Seiten. Also man kann die so rum, so wie so rum tragen. Ich trage die jetzt mal andersrum. So und die Kette habe ich jetzt mal ins Längste gemacht. Und dann seht ihr auch den Unterschied. Also man kann die schön zusammentragen. Die könnte man noch ein bisschen enger machen, was mir auch gut gefallen würde. Ich lasse die jetzt mal weiter unten hängen. Ja, und das sind die Ohrringe. Also ich finde, das kann man wirklich so schön miteinander kombinieren. Da hat man auch direkt ein schönes Schmuckset. Ich finde das wirklich in Gold und auch in Rosé-Gold sehr schön. Aber meine Farbe ist halt eben Silber. Ich habe die Medaille jetzt rumgedreht. Also man kann, wie gesagt, die auch so rummachen. Das wäre jetzt da, wo einmal der Kopf drauf ist und dann einmal in die andere Richtung die Rückseite. Auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Schmuckset und das werde ich auch mit in meinen nächsten Urlaub nehmen. Das gibt mir irgendwie Urlaubsfeeling. Ich weiß nicht, hier mit den Ohrringen, das gefällt mir richtig gut. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz die Rosé-Goldene Variante. Die habe ich nämlich auch. Die Rosé-Gold sieht auch wunderschön aus. Da zeige ich euch jetzt gerade mal die Ohrringe. Ihr Lieben, ich denke, ihr vermutet es schon. Ich habe ja jetzt noch ein goldenes Set, ein komplettes, so wie ich es auch trage. Und ein Rosé-Goldenes Set, so wie ich es trage. Und es wird in diesem Video zwei Gewinner geben. Das heißt, zwei von euch können sich darüber freuen, ja, dieses Doppelset quasi zu gewinnen. Ich freue mich total, dass Pure Lay mir das ermöglicht für euch. Ich habe das Silber-Set, das behalte ich. Und ja, schreibt mir gerne mal, wie ihr dieses Schmuckset findet. Ich finde das total schön auch wieder. Ich habe bisher noch nichts, was mir nicht gefallen hat. Und ich gucke auch gerne bei Pure Lay so im Shop. Die haben ja auch oft ein Sale oder sowas. Und da bekommt ihr auch ganz günstig immer richtig schöne Schmuckstücke, die ihr für jeden Tag tragen könnt. Und eine kleine Info noch, bevor das Video jetzt gleich zu Ende ist. Also bevor ihr den Schmuck in den Warenkorb legen wollt und den sucht, nutzt einfach meinen Link unten in der Infobox und meinen Code. Und dann habt ihr automatisch das Schmuckset, das, was es gratis dazu gibt, mit im Warenkorb. Das braucht ihr dann nichts weiter machen. Ihr braucht das auch nicht suchen im Shop oder so. Das liegt dann automatisch mit drin, also einfach meinen Code. Ich blende den nochmal ein. Und es steht, wie gesagt, auch nochmal in der Infobox drin. Und dann habt ihr das mit dabei. Finde ich richtig cool. Und außerdem, was ich euch noch sagen wollte, das Set kostet ja immer 29,90 Euro. Und da habt ihr wirklich immer zwei schöne Schmuckstücke. Also es sind entweder Ohrringe und eine Kette, ein Armband und eine Kette. Also ihr habt immer zwei Schmuckstücke plus halt eben ein Goodie. Und ihr könnt halt auch mal einen Monat überspringen. Ihr könnt auch mal einen Monat wechseln, dass ihr sagt, oh, jetzt habe ich aber Lust auf Goldschmuck. Dann nehmt ihr halt eben das nächste Set in Gold und dann und so weiter. Also ihr könnt das auch wieder zurück wechseln. Es ist sehr flexibel und wirklich sehr schön. Ich freue mich immer, dass ich euch den Schmuck vorstellen darf. Jetzt würde ich mich auch verabschieden. Dankeschön an Pure Lay und Dankeschön an euch. Auch wie wir es diesmal machen können, damit jeder seinen Schmuck bekommt, den er haben möchte. Weil beim letzten Mal ist das leider ein bisschen untergegangen. Also da hatte eine Dame die Farbe bekommen, die sie eigentlich gar nicht wollte. Deshalb macht es vielleicht so. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr lieber Rosé oder lieber Gold wollt. Dann ziehe ich einen los mit Rosé und einen los mit Gold. Und dann, genau, weiß ich dann Bescheid, wem ich welche Farbe schicken kann. Ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen besser. Und derjenige kann sich dann auch doll darüber freuen, dass er seine Lieblingsfarbe hat. So machen wir das. Beim letzten Mal war das ein bisschen blöd. Ich habe dann halt einfach losgeschickt und ja, genau. Jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich auch. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Eure Nicole. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. I'm hurting you as well. I guess I wish I'd say we're sorry. Say we're sorry. Say we're sorry. Untertitelung des ZDF, 2020